Es ist einfach ein schöner Job. Man sieht jeden Tag direkt, was man getan hat. Man kommt an eine Baustelle, wo noch nichts ist und man fährt und es ist einfach schön. Man sieht, man macht die Leute glücklich und man kann sich halt zum Beispiel das Fitnessstudio sparen. An Glasserlauer und Streich finde ich gut. Einfach das Teamfeeling hier. Das ist eigentlich wie eine Familie. Jeder ist füreinander da und es ist ein super Arbeitsklima. Macht Spaß. Wenn man sich für den Job interessiert, sollte man einfach Interesse am Handwerk haben, ein bisschen Geschick mitbringen, körperliche Fitness mitbringen, weil man viele schwere Sachen auch einfach schleppen muss und tragen muss. Das gehört dazu. Ja, und einfach Teamgeist, weil die meisten Aufgaben alleine überhaupt nicht zu lösen sind.